Verpasst er sich nicht einfach? Ja, Pischfien. Also, du gehst rein, sagst ihm schöne Grüße von den Hamadis. Wenn der Mann nicht zahlt, ist übermorgen sein Laden dicht. Dann gibst du ein paar auf seine Kniescheiben. Ist hart. Aber egal, das sind die Regeln. Ich meine, das ist einfach. Hier sind die Regeln. Ich bin der 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 Regeln. Das ist es. Das ist ein Spruch, du Angeber. Na ja, ich bin Vince. Aber nicht mit den Nintendo zocken, Vince. Nein, keine Sorge, sehe ich so aus, oder? Ich wollte die Schule wissen. Hey, was wollen Sie von meinem Sohn? Zocken ein bisschen. Wollen Sie etwas kaufen? Dann bitte ich Sie zu gehen und meinen Sohn in Ruhe zu lassen. Gut. Dann komm ich mal vorbei in der Fall aller Schule. Zock mal weiter, ja? Du wirst meinen Jungen nicht mehr treffen, haben wir uns verstanden? Ja, aber meine Freunde hätten so gerne mit ihm gespielt. Die Namen Adis. Was willst du? Deinem Jungen soll es doch gut gehen, oder? Ich will, dass du mir deine Schulden bezahlst. Pünktlich. Dann hast du ein friedliches Leben, verstehst du das? ? Ich hoffe nicht, haben Sie nicht mehr Zeit dort zu gehen. Ich bin nicht mehr Zeit. Ben! Ja warte. Dann bin ich. Damit du nicht probierst. Ich bin nicht mehr Zeit. Fahrerve. Untertitelung des ZDF, 2020